Heute ist der Tag, an dem ich bereits fünfmal gestorben bin. Manchmal hat man halt einfach nichts Besseres zu tun. Hey Steve. Ich wollte sagen, dass ich heute Abend wahrscheinlich zur Party nicht kommen kann. Ja, alles klar. Hey Okula, du Pappnase. Alles klar bei dir? Ja, was sonst? Ja, der Koks ist im Garten vergraben. Und ja, genau, ja. Wie, Panzer! Junge, ich hatte Helikopter bestellt. Ja, und die Atombombe liefern folgende... Ja, genau, da hatte ich jeder E-Mail mitgeteilt, ja. Oh, wunderbar. Weihnachten dann bei meiner Oma, ne? Okay, alles klar. Ihr glaubt doch nicht, dass ich so abtrete. Sie haben dein Gehirn gegen einen alten Rechner ausgetauscht. Du kannst deine Fähigkeiten aber wieder erlangen, wenn du dich updatest. Sind sie in Ordnung? Ja, ich bin.